BitShares in 60 Sekunden. BitShares ist eine Finanzplattform und dezentralisierte Börse. Die übliche Abkürzung für BitShares ist BTS und BitShares gibt es seit dem Jahr 2014. Was ist das Besondere an BitShares? BitShares will es für Nutzer einfach machen, eigene Token zu erstellen und zu handeln. Hierbei soll es möglich sein, diese eigenen Token mit einem anderen Wert zu verknüpfen. Beispielsweise könnte man den eigenen Token an den Kurs des US-Dollars oder des Euros koppeln, sodass der eigene Token immer einen stabilen Wert hat. Token dieser Art heißen bei BitShares dann Smart Coins. Transaktionen im BitShares-System müssen mit dem eigenen Token BTS bezahlt werden und BitShares nutzt einen Delegated Proof of Stake, um Konsens zu erreichen. Von BitShares gibt es insgesamt 3,6 Milliarden Stück, zumindest laut CoinMarketCap. Die Blockzeit beträgt zwischen 1 und 3 Sekunden und als Konsensmechanismus kommt, wie eben schon gesagt, ein Delegated Proof of Stake zum Einsatz. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war BitShares in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und teilt das Video gerne mit Freunden, die sich auch für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin eine gute Zeit und ciao!